Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Christoph und heute mache ich mal ein Video, was gar nichts mit Technik zu tun hat, sondern mit Betrug, der vorwiegend kleine Händler und Dienstleister betreffen wird. Zumindest diese Masche, die dahinter steckt. Natürlich obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, ein Like, ein Abo, und wenn ihr zum nächsten Video benachrichtigt werden wollt, dann gibt es noch das Glöckchen. Bevor wir starten, will ich nochmal darauf hinweisen, dass die hier erwähnten Firmen und auch Namen, die ja eventuell auftauchen, nichts mit den Betrügern zu tun haben, sondern das sind Mitopfer. So, die Masche, die ist eigentlich ziemlich plump, aber in der heutigen Situation, wo die Kassen knapp sind, wird ja wahrscheinlich bei vielen häufiger mal die Vorsicht ein bisschen fallen gelassen und man geht zu Risiken ein, die man normalerweise nicht eingehen würde oder man übersieht einfach Details. So, wir selber, wir haben jetzt zwei Versuche bei uns gehabt, auf dieselbe Art, auf zwei verschiedenen Wegen oder über zwei verschiedene Firmen-Mail-Adressen von uns wurde das probiert. Das erste ist hier eine Mail von der Spielstation. Es gibt eine Schmidt-Gruppe, Entertainment GmbH, das ist alles korrekt, also das Impressum ist hier korrekt. Was uns stutzig gemacht hat, ist als allererstes, dass diese Domain überhaupt nicht erreichbar ist, also da kommt keine Webseite. Wir wissen aber, dass die bei Strato registriert ist, aber die Firma tut in keinem Fall mit dieser Domain irgendwie mailen. Also nirgends ist eine E-Mail-Adresse veröffentlicht, die mit dieser Domain ist. So, das war das Erste, was uns stutzig gemacht hat. Und das Zweite ist, wir haben natürlich nach dem Geschäftsführer Thomas Punkt Punkt gesucht, der hier drin steht als Geschäftsführer. Den gibt es bei dieser Firma nicht. Es gibt diesen Thomas Punkt Punkt auch irgendwo, auch im Zusammenhang mit irgendwelchen Casinos und Spielen. Aber den letzten Eintrag, wo die Person da aufgetaucht ist, der ist auch schon über zehn Jahre alt. Also wir haben dann einfach mal ein bisschen gegoogelt, sozusagen. Wir haben natürlich ein Angebot abgegeben, vor allen Dingen, weil die ihr Zahlungsziel sieben Tage gerne haben würden nach ihren Vorgaben. Das haben wir dann auch reingeschrieben, dass wir das nicht machen, außer wir können das alles ordentlich verifizieren. Da kam dann natürlich keine Antwort zurück. So, ein paar Tage später kriegen wir was ähnliches. Das Erste, was uns gleich aufgefallen ist, dass hier unten dieser Block in derselben Schriftart ist, wie hier. Also es ist schon die erste Merkwürdigkeit. Und hier haben sie das mit den sieben Tagen Zahlfrist dann schon mal nicht reingeschrieben, sondern ist aber ähnlich. Die wollen halt irgendwelche Geräte haben von uns. Zwischen 500 und 1.500 Euro müssen die liegen und garantiert mindestens zwölf Monate. Blablabla. Wäre vorteilhaft schnell, schnelle Lieferzeit hat dringender Bedarf. Ja, so. Und dann ist man ja als Händler schon wieder so ein bisschen sagt, ja, dann tue ich mich halt beeilen und kriege das dann. Und ich kann das aber auch jederzeit bei jedem Online-Händler bestellen. Ja, also sage ich, wenn es schnell gehen soll, sage ich mal, ist man ja auf die Art eh schneller als jetzt bei so einem kleinen, sage ich mal, Service-Dienstleister oder irgendetwas, was wir sind. Formulierungen sind ja schon ein bisschen merkwürdig manchmal, aber ist egal. Wir haben ja erst mal ein Angebot abgeschickt, dass wir haben parallel das Angebot an einen Herrn geschickt, der wirklich unter der Adresse bei der Firma arbeitet und im Prinzip für den Vertrieb und Einkauf und Co. da zuständig ist. Der hat natürlich sofort zurückgeschrieben, dass die überhaupt gar nichts angefragt haben, dass es nicht ist, haben wir dann zurückgeantwortet, dass wir uns das natürlich schon gedacht haben. Aber wir haben einfach den immer in CC mitgesetzt, damit er das sozusagen mitkriegt, dass wir da jetzt anfragen. So, soweit so gut. Angebot abgegeben und dann kam die Antwort, weil wir hier jetzt natürlich nicht sofort auf die Verifizierung bestanden haben, kam dann die Antwort. Natürlich wollen sie das Angebot schön annehmen. Die Lieferanschrift ist, wie wir uns das gedacht haben, abweichend von der Adresse, die der Firmensitz ist. Also grundsätzlich Finger weg, sofort bei solchen Sachen. Ich wette, da an dem Punkt ist auch ein Kasten, was auch immer, irgendwie am Briefkasten oder so. Aber wahrscheinlich nur so lange, bis das erste Mal die Polizei da aufgeschlagen ist. So, und dann natürlich lassen sie mir die Rechnung zukommen auf unsere Firmenanschrift. Natürlich auf die Adresse, die man da in der E-Mail drin hatte, wo dann auch die reelle Firma dahinter ist. Vielen Dank für die unkomplizierte Abwicklung. So, wie gesagt, auf keinen Fall auf sowas reinfallen oder so. Verifiziert immer den Kunden. Lasst euch Zeit, lasst euch keinen Druck machen. Also, das wird euch schön noch das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr versauen, wenn ihr auf so ein Mist reinfällt. Na, die können in Vorkasse bestellen, dann können sie das meinetwegen hier an die Adresse schicken lassen. So, aber einfach so auf Rechnung ohne diese Unstimmigkeiten da drin. Also, ja, also das ist hundertprozentig Betrug. Wir haben das auch bei der Polizei eingereicht. Der Kunde, der Naturstall, hat das auch sofort zur Anzeige gebracht. Und ich empfehle, dass auch jedem anderen sofort Anzeige raus. Und vor allem keine Dings. Also, auch dieser Carsten N. ist in einem völlig anderen Kontext. Der hat mit der Firma Torstein Nord gar nichts zu tun. Gar nichts. Also, wir haben auch gegoogelt, den gibt es dort in der Firma nicht. Auch in der Nähe von der Firma haben wir keinen Eintrag irgendwo gefunden, dass es eine Person mit diesem Namen da gibt. Wir haben den Namen aber tatsächlich gefunden. Aber auch in einem größeren Unternehmen mit einer großen Verantwortungsposition. Aber, wie gesagt, der hat mit der Firma Naturstein Nord gar nichts zu tun. Also, achtet auf euer Geschäft und lasst euch nicht unter Druck setzen. Schnell, schnell ist immer schlecht. So, das war's dann erstmal. Ich wünsche euch alle einen guten Start in das Weihnachtsgeschäft. Tschüss, euer Christoph.